hallo ist martin von meinem anki ist dass die dax für dienstag den 21 11 2023 ja und unser dax der hat ja ein bisschen was falsch getrunken zum montag haben deutlich schlechte reihen ihr habt es denke ich alle mitbekommen und hat die bayern dax vollkommen zerlegt wie nur 20 prozent das natürlich eine ordentliche klatsche wegen erneuten gerichtsniederlagen und interessant ist wie er gefallen ist bzw wohin er gefallen ist denn wir haben uns jetzt ein bisschen vorbereitet wie auch den vortag schon auf eine mögliche umkehr im dax und woran man das messen kann und wir hatten sinngemäß gesagt unter 15.900 ist etwas vorsicht angesagt aber es ist noch nicht zwangsweise short weil er auf der 860 noch eine gute unterstützung hat von der relativ leicht wieder hochdrehen kann was hatte gemacht 860 angelaufen relativ leicht wieder hochgedreht gab geschlossen gab weggedrückt und nahezu auf fast dem gleichen niveau wie am vortag geschlossen also zumindestens zwei punkte über der tageseröffnung geschlossen damit sogar noch eine grüne kerze reingestellt sieht im tageschart natürlich nur ein bisschen wackelig aus das ding ist aber so gesehen als reine inside kerze hier auch nicht sonderlich signalwirksam zu werten also man kann aus der kerze jetzt leider nichts rausziehen dass er auch die vorherige weder überboten noch unterboten hat das einfach klassischer inside day doji signalisiert hier ein bisschen vorsicht haben aber ohnehin so angesprochen haben wir auch mit unserem kontakt an der 900 ja ohnehin auf dem radar das heißt es ist ein bisschen vorsicht angesagt für weitere long position solange wir oben keine stärke rein bekommen auch wenn wir definitiv hier jetzt kein verkaufssignal gesetzt haben das wichtig aber es ist jetzt angerissen und man kann hier zum dienstag jetzt durchaus schon sagen dass ein weiterer rückfall unter 860 dann schon weitere tiefs nach sich bringen kann bis zu 800 67 in der ersten instanz dann auch weiter bis sogar 550 also 650 hier die 200 tage linie die 555 60 noch mal anzulaufen das wären jetzt alles schöne ziele von oben wenn er denn weiter abdreht es ist aber nicht gesagt dass er abdreht muss auch wirklich die 38 dann zerlegen und momentan sieht es ganz ehrlich eher danach aus wie es stößte uns am dienstag hier nach oben ins nächste ziel rein vergesst das nicht das ist 985 es passt hier nicht mehr richtig aufs bild also ich bin kein freund davon so eine so eine so eine chart zu besprechen wo hier alles ultra klein ist und man die kerzen gar nicht mehr erkennt ich bin schon ein freund davon zu sagen man sollte die kerzen noch klar erkennen können ansonsten hat man zu viel auf dem bildschirm aber hier muss gesagt sein das gehört in die betrachtung noch mit rein das letzte hoch hier im bereich um 99 85 und ich denke kann mir gut vorstellen dass das zum dienstag jetzt die nächste anlaufstation wäre wenn er denn hier oben schritt halten kann schritt halten heißt ein bisschen zurück dürfte er noch 920 selbst 900 noch mal ausloten wäre jetzt gar nicht zu verboten dann können dann trotzdem hochziehen muss dann aber hier eben drüber drücken und auch neue hochsüber 59 49 stellen gelingt das dann 9 89 90 bis 16 20 erste zone ja und dann das was wir die ganze zeit eigentlich immer wieder erzählt haben die zone um 16 1 20 bis 16 1 40 also die untere gab kannte dann haben wir die obere gab kannte ab 16 2 20 mit dem gab close auf 16 2 45 bis hoch zur 16 2 60 dass die zweite große zone oder wartet mal dass die erste die zweite und die dritte zone und das wären alles noch möglichkeiten die unser dax hätte wenn er denn hier weiter schritt hält hält er nicht bei der schritt und kippt erneut und zum dienstag ab wird er ein unterbieten von 15 68 im grunde genommen nach unten dann ein umkehrsignal bestätigen und auch ein trendwechsel einleiten zumindest auf kleiner ebene erst mal und da muss man gucken wie weiter kommt theoretisch hätte schon platz deutlich runter zu kommen ich könnte mir aber gut vorstellen dass er im bereich 200 taglinie vielleicht sogar schon tag vorher gut abgebremst wird naja also die liegt jetzt hier so ja nicht mehr ganz 650 schon 660 guck mal so auf eine 670 guck da mal genauer hin wenn er dann dann runter segelt dann kommt bestimmt noch mal ordentlich gegenwind rein her aus der zone so das schön die die alle hier gegen geschottet haben gegen die grüne kerze dass die gar nicht erst einen gewinn gelassen werden das würde für den markt typisch aussehen wenn man von da dann noch mal an 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 zieht nun wenn es nur kurz ist ja aber unter 860 kriegt aber mehr wahrscheinlichkeit verteilt und das muss man schon ganz klar sagen ist nicht von der hand zu weisen haben gestern auch so erklärt ja unter 900 ist warnung angesagt aber eben noch nicht weil die 860 da so eine gute unterstützung ist 860 die muss auch brechen nach unten das ist er nicht und wenn er da jetzt aber zum dienstag runter segelt würde ich das dann schon als angebrochen ansehen und damit wir haben trendwechsel hier dann erst mal freie hand und 67 57 bis 650 670 denke das wäre auch zum dienstag erreichbar wenn er jetzt hier lustig haben wir mehr zu sprechen oben die ziele kennt da unverändert unten punkt da können wir eigentlich ausmachen ja mach mal mach ich hierzu wünsche euch gutes gelingen am dienstag viel erfolg und dann hören wir uns morgen wieder für die analyse dann zum mittwoch bis dahin tschüss